Einen schönen guten Dienstag und damit herzlich willkommen zum aktuellen PQ Primetime Chart Check, unterstützt durch unseren Werbepartner Goldman Sachs. Drei Wochen ist das her, dass wir Morphosis zuletzt hier in diesem Format besprochen haben und hätte man mich gestern früh gefragt, ob wir Morphosis machen wollen, hätte ich gesagt, nee, lass mal, steht ja immer noch bzw. schon wieder bei 95 Euro. Aber dann zündete eine wahre Kursrakete, nachdem die Meldung von den offenbar positiven Ergebnissen einer Zwischenstudie zum Blutkrebsmedikament Tafasitamab über den Ticker lief und katapultierte die Aktie in der Spitze über 10 Prozent nach oben. Intraday top gestern bei 106,90 Euro, das war immerhin der höchste Stand seit dem 23. September. Auch wenn die Gewinne zum Ende wieder abröckelten, reichte es für einen Schlusskurs oberhalb der Runden 100er Marke. Soweit die nackten Fakten, jetzt ordnen wir das kurz ein. Auf der Haben-Seite steht, Sprung über den GD 200 bei 95,41 geklückt, Aufwärtstrendwechsel vollzogen und heute den Ausbruch über die Abwärtstrendgerade direkt hinterher geschoben. Dieser Ausbruch ist aus zwei Gründen ungemein wichtig, denn einerseits war da gestern noch die lange obere Lunde bei der Tageskerze, sowie die Tatsache, dass mit dem Schlusskurs bei 122 eben die Abwärtstrendgerade, so muss das heißen, nicht überwunden, sondern nur punktgenau getroffen werden konnte. Und andererseits könnte damit jetzt dieses Flaggenmuster im Chart, zu dem auch die gerade erwähnte Abwärtstrendgerade gehört, bullisch aufgelöst werden. Dafür müsste es, Achtung, per Schlusskurs jetzt über die Hürden bei 104 und 106 Euro gehen, nächste Kursziele dann und verändert die Eindämmungslinie bei 110 Euro, sowie das amtierende Jahreshoch bei 114,70, rechnerisches Potenzial noch etwas darüber, grob könnte man da den Bereich um 125 Euro und damit das 2018er Top bei 124,90 ins Auge fassen. Die Unterseite ist dagegen schnell umrissen, denn da bleibt es bei der markanten Unterstützung bei 95 Euro, die weiterhin der Dreh- und Angelpunkt der Aufwärtsbewegung ist. Hier haben wir sogar eine Doppelunterstützung vorliegen, denn knapp oberhalb von 95 Euro verläuft immer noch der GD200, der zusätzlich stützend wirken sollte. Als Wendepunkt für ein Pullback empfiehlt sich dieses Niveau allerdings nicht, dafür kommt jetzt ganz klar die 100er Marke in Frage. Ein Rückfall an die 95er-Schwelle wäre dagegen wieder kritischer zu werten, zumal ein neuerlicher Abwärtstrendwechsel, so es denn dazu käme, eher einen Test des Korrekturtiefs bei 90,65 Euro nach sich ziehen dürfte. Bleibt als Fazit Vorteil für die Bullen, die ganz kurz davor stehen, das Spiel zu drehen. Allerdings fehlt aktuell noch die Bestätigung, weshalb die Unterseite und damit die 95er-Barriere in jedem Fall im Blick behalten werden sollte. Und damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Einen schönen Tag für Sie und einen Daumen hoch für mich, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Vielen Dank dafür und Servus, bis morgen.